Untertitelung des ZDF, 2020 Ich kann mich nur um eine Scheiße kümmern. Eine Flasche Champagner zum Lansch, eine weitere zum Dinn. Darauf, dass wir es möglichst nicht versauen mögen. Dass wir es möglichst nicht versauen mögen. Der Untergang Westeuropas steht kurz bevor. Sie fragen nach unserem Ziel. Sieg um jeden Preis. Sie deuten an, wir würden gewinnen. Das tun wir nicht. Ziehen wir uns wirklich vollständig zurück. All unsere Truppen sind jetzt in Dünkirchen, wo wir sie nicht erreichen. Sie treiben uns in die See. Da wäre die Frage der Friedensgespräche zwischen uns und Deutschland. Europa ist noch... Europa ist verloren. Dieser Tyrann. Das ganze Gewicht der Welt lastet auf deinen Schultern. Wie viele Männer werden überleben? Wenden Sie sich ans Volk. Sagen Sie ihnen die Wahrheit. Was wir entfachen müssen, ist ein heldenhafter Widerstand. Bis zum Ende zu kämpfen, hat nichts Patriotisches. Jetzt ist die Zeit zu verhandeln. Fall wird man das endlich begreifen. Man kann mit einem Tiger nicht vernünftig reden. Mit dem Kopf in seinem Maul. Ich übernehme die volle Verantwortung. Wirklich? Wirklich! Ja, Sir! Das ist der Grund, warum ich auf diesem Stuhl sitze. Sei du selbst. Ich selbst. Wir werden an den Stränden kämpfen. Wir werden an den Landungsabschnitten kämpfen. Wir werden auf den Feldern kämpfen. Und auf den Straßen. Wir werden in den Hügeln kämpfen. Wir werden niemals kapitulieren. Denn ohne Sieg gibt es kein Überleben. und unter down ist der planet sieg, die sich dann wieder zä 크�enton Zero events kραktieren lassen. Auch wenn Sie XYZ kräftigen,